ich war ja das kommt auf den komischen Typen heizt Maul malte ein Konzern weiter wie aus dem Kanal spiel ich mal wieder Ghost Recon Whitelands opa dopa lol höhe komischer Anfang komisch wie dein Gesicht ne und tot wie deine war so müssen hier die Naja, den lassen wir, den lassen wir, den lassen wir, den lassen wir, den lassen wir ja, den Schöpfer das ist schlecht gewesen oh nein, Abkürzung nun guck mal hinten ist ein, äh, ist ein Leuchtfeuer, aber das lassen wir in Ruhe warte, Abkürzung ja, das ist ja wirklich ne Abkürzung oh, hier war, hier war ich schon, hier war ich in, äh, jetzt in den Dingen, die, äh, da wo ich kurz angetestet hab, das Game sind nur, sind nur drei Leute, ne, sind nur vier Leute, alles gut mach nicht, mach nicht den Heli kaputt, Maul, Alter ich wo sind denn die also da einer down Abbein ich geh hoch ich geh in den Heli kapier sehr schön komm in den Heli rein, ich skill kurz Fallschirm sehr schön, ich hab einen Fallschirm, Alter ehrenwert war echt lustig, ne ich hab mich gelacht lass jetzt mal ein bisschen, äh, Punkte grinden ja das ist dann lustig aus so, ähm nein, ich lass mich nein wir grind jetzt hier hin ähm ich würd sagen, wir machen das, äh so teilweise, eigentlich Gebiet für Gebiet aber manchmal rutschen wir halt in andere Reihen, ne hätt ich jetzt gesagt, okay okay okay, gut also, so ist er am übersichtlichsten, denke ich warte, oh, das ist ein da, überhaupt, überall ist das ein Flugzeug der Uni Chacha der Uni dat meint, nicht Uni Chacha kann ich jetzt schon noch ausspringen? an sich, ja aber du hast keinen Fallschirm, ne so nicht? Also hast du noch nicht geskillt, glaube ich. Doch, habe ich. Echt? Dann kannst du jetzt rausspringen. Kann ich rausspringen. Loser. Du Sack, warum lässt du mich nicht rausspringen? Jetzt werde ich aggressiv. Warte, schön. Direkt in den Deckel, in den Deckel, in den Deckel. Hab ihn. Okay, ich gehe auf den Leutnant. Ich habe mich jetzt fast entdeckt, aber ich habe natürlich... Ich gehe auf den Leutnant. Ich checke es jetzt gar nicht. Boah, ich fühle irgendwie die Piste voll. Achso. Hast du das gehört? Nee. Ich habe halt gesagt, ey, kannst du dir einen Tipp zum Kartell geben? Gracias. Ja, ich habe dann eingeklickt. Ich habe es dann eingeklickt. Wir haben jetzt noch ein paar Waffen gefunden, also ein paar neue Aufsätze etc. Warte, du liegst mal kurz auf dem Boden und machst Drohne. Warum? Ich nehme die Drohne. Damit die Leute finden alle. Ich meinte, wir müssen hier nichts mehr machen. Das Gebiet ist fertig. Das bringt hier genau nichts, Malte. Weil hier ist nichts außer Vorratskisten, die immer neu spawnen, aber da sind nur 50 oder 100 Einheiten drin, das benutze ich nicht. Warte, wie wäre ich denn die Drohne los? Nochmal J klicken. Ja, Y-Cilon meine ich. Das funktioniert. Komm, rennen. Warte mal, erst mal gucken, ist denn hier schon alles? Ihr braucht nix mehr. Ey, meine ich guck mal, die Frau betet. Und ich erschieße sie. Ich habe so erschossen, Malte. Jetzt komm, rennen. Ja, dann gönn doch. Jetzt komm, rennen. Okay, ich bin tot. Alter, ich habe mich einfach umgebracht. Finde ich lustig. Du bist auf mir gelandet. Mann, das merke ich morgen früh noch. Genau, Malte, das war knapp. Nein, tust du nicht. Steck doch ein. Nein. Sekunde. Oh mein Gott, Martin, Schwein. Adi, lass mich bitte, Schwein. Warte mal, wo ist das? Da, nein. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ah. So ist das Schwein. Nein, du hast das Schwein nicht geschafft. In Deutschland, ich habe, ich habe, also, ich habe irgendein Schwein, habe ich mit einer Mini-Gan erschossen. Ey, Martin, das sieht voll strange aus, wenn man als Beifahrer aufliegt und einfach durch eine gedaufe Pistole rausstreckt. Malte, pass auf, hier ist ein Grenzposten, nass den mal. Land auf der Straße. Das ist ziemlich nice. Guck mal, das sieht ja hier ziemlich gut aus, tatsächlich. Stopp. So, mit dem Sniper. Ich sehe es. Ich habe gerade ein heftiges Teil, glaube ich, freigeschaltet. Oh, hier ist noch eine, hier ist eine Quistel. Äh, die tatsächlich ganz nice aussieht. Ich habe Schraub hier meinen Schallherfer drauf. Ah ja, die, ey, die ist verdammt gut. Die ist richtig gut, Malte. Die kenne ich. Das ist eine, das ist eine echt sehr gute Waffe. Aber wenn wir sterben, verlieren wir die, ne? Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Warte mal, das will ich mal testen jetzt, ja. Okay, Sniper ist down, man kann mit der... Ey, ich fühle mich voll die Waffe. Ja, man kann mit der ziemlich gut snipen sogar. Kommst du? Können wir die kaufen? Ey, die müssen wir freischalten. Ich weiß, ich kann nachgucken, wie... Also, wo kommt rein? Achso, stimmt, wir haben ja einen Heli. Komm rein. Warte, ich hasse dir nicht. So. Ähm. Hier ist ein Fragezeichen. Zu dem gehen wir. Warum ist das Auto jetzt auch kaputt? Nächste. Hinter uns sind Feinde, meine ich. Oh, ich bin down, ich wurde überfahren. Ich bin auch down. Das war schlecht. Du hast mir diese geile Waffe abgelupft. Ich werde nicht mehr mit dir spielen. Wir können die aber noch mal freischalten. Ah, die Waffe, die ist voll geil, Alter, die Waffe. Nee, ist wirklich ziemlich nice. Ist heute meine neue Lieblingswaffe, weil ich schon so viele kenne. Du kennst zwei. Ich kenn drei. Wie, doch, ich kenn sogar vier, aber mit der einen hat noch nie geschossen. Nein, Sturmgewehre. Er ist für zwei. Ja, Sturmgewehre kann ich zwei. Nein. Alter, ziehe ich tatsächlich mich gut. Warte, warte, ich hole mich einfach noch mal. Was soll ich hier tun? Na, ich gebe mir jetzt die stärkste Snipp am Game holen. Okay, äh, können wir, können ich die gleich nochmal holen. Tango ist tot. Camp grad schon, Mati. Bei mir war noch nicht geladen. Scheißdreck. Okay, jetzt habe ich ein paar Leute. Okay, ist irgendwo die geile Waffe dabei? Nein, du hast die Kackwaffen. Boah, ich muss noch kurz gucken, ob ich noch was an der Graf... Der hat eine MG? ...ne Grafik ändern kann. Läuft, läuft ziemlich flüssig. Ich will mal gucken. Andere Tore. Kennst du das, wenn man jemanden umgebracht hat und ihn aber nicht findet? Nee. Kenn ich tatsächlich nicht. Wo ich gerade erleben. Cool. Macht wirklich keinen Spaß. Vielleicht zieht er irgendwo die geile Waffe, ich finde sie aber nicht. Cool, ich total. Äh, okay, warte mal. Wir müssen jetzt hier ewig an der Grenze lang laufen. Ich habe eine neue Sniper. Cool. Echt? Was für eine? Eine heftige? Die, die der Typ da oben hatte. Ist die heftig? Weiter, hol du mal einen Faser und hol mich dann ab. Nee, mach du mal. Ich muss noch die Sniper holen. Boah, guck mal, eigentlich, das sieht schon echt gut aus, ne? Muss ich jetzt mal so sagen, es sieht schon ziemlich nice aus. Weil, da muss ich mir vorstellen, ein Breakpoint sieht noch besser aus, aber äh... Finde ich gar nicht so nice aus. Sieht wahrscheinlich einmal ein Reutigen Monitor. Und das ist schön, es sieht ziemlich gut aus. Also, Breakpoint ist ja noch besser. Musst du mir das vorstellen. Auch wenn es, es ist, es ist die, weil das ist unsere, das ist die gleiche Waffe, die wir haben, nur mit einer anderen, äh, einer anderen Zieloptik. Und verbraucht auf jeden Fall wenig, noch weniger, aber jetzt, äh, haben weniger Anforderungen. Aber Sniper baut schon. MG ist nicht gut mitzunehmen, oder? Nee, das ist nicht so, also, ich würde immer Sturmgewehrpisst, Handfeuer und Sniper spielen. Mit einer Pistole habe ich gerade tatsächlich jemanden freigestaltet. Sehr schön. Während du nix machst, hau ich gerade schon wieder vier Leute. Tango getroffen. Gleich fühl die Pistole voll. Mh, das ist ziemlich nass. Okay, wir müssen jetzt ein Heli organisieren, Alter. Stimmt, halt nicht. Wollt du irgendwas Gutes? Okay, es beginnt damit, dass wir erstmal ins Auto organisieren. Ich habe einen Zivilisten getötet, jetzt haben wir ein Auto. Lustig, ne? Hey, da schließt deine Scheiben. Ich habe einen Reif kaputt gemacht, du Arschloch. Mich kriegst du nicht. Das ist ein schlechter Teampartner. Alter, wie kannst du einen bärtigen Mann töten, Alter. Ich habe auch, aber guck mal, wie cool ich aussehe, ne? Alter, ich sehe gar nichts. Achso, das war die nächste Folge. Wenn ich gefällt, dann hoch, dann bis mit.